Das können wir brauchen, dass ihr auch nach einem Niederschlag schnell wieder aufsteht, das ist schon wichtig. So, wo sind die alle? Ah, da ist noch Party. Wie wäre es mir dann mal Hilfe von euch? Ist nämlich ein dicker. Warte, wir haben mehr diese Scheiße. Scheiße, wir haben mehr diese Scheiße. Hau ab da! Ich muss ja hier oben ein bisschen helfen. So, läuft, würde ich sagen. Alter, da gibt's Loot, Leute. Das ist nicht mehr normal. Hast du so eine Loot-Party? Oh, Scheiße. Das ist nicht in Ruhe dabei. So. Zumal. Lüden. Alle auf einen! Trete den! Kann man schön verkaufen, das Zeug. Oh, da ist noch was. Oh, ein Schisser. So. Haben wir's da nochmal? Hm. Jo. Das ist nice. Was ist das denn? Sieht aus wie von einer von der Saw. Ohlala. Ja, die müssen wir wohl ein paar Detail machen, ne? Da sind sie. Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt wieder? Alter, ich kann nichts machen, Leute. Wie gelähmt, irgendwie. Alter, hilf doch mal mit und steh nicht so blöd rum, da. Das ist der da, glaube ich. Der, was mich so irgendwie... Irgendwie beeinträchtigt oder so. Was für eine fette Mama. Mit der geht's ja gut ab hier. Oh, noch was. Hier haben wir eine Party. Wck, komm raus! Bäh! Zahlah, das war eine Party. Na, wie du raus? Super. Du handelst mit mir, hab ich gehört. Weil ich hab wieder Scheiße. Zu verkaufen, sogar ein Rohr habe ich. Ich habe ein dickes Rohr zum Verkaufen. So. Schräge Pistole, die fliegt. Mittelmäßige Revolver. Den wollte ich behalten, genau. Und das da soll weg. Jetzt haben wir es. War das mal schottischer Latentolch? Oder was war das? Das brauche ich aber auch nicht. Ah ne, das ist das geile Ding da, was so viel Damage macht. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir da rad auf, oder was, Leute? Auf die Fähre, alles klar. Jo, dann fahren wir da weg. Wow, wow, wow. Was, wow, wow. Gib mir Belohnung. Kaufen wir nur beim Nägel, äh, äh, Medikids. Können wir immer brauchen. Äh, ne, ne, ne. Oh, jetzt habe ich... Oh, aus Versehen bin ich da jetzt rein. Das wollte ich gar nicht. Wollte da hin. Scheiße, das war ein Fehler. Ich habe mir nur Verdrückte. Wollte nicht zurückgehen, äh. Wollte nur mit ihr Nahrungsmittelkonserven geben. Wegen XP. So, irgendwer hat einen Auftrag für mich. Du, Marvin. Können wir in diesem Schack schauern? Es sollte ein bisschen halten, aber wir können nicht für immer bleiben bleiben. Okay, so, dann schauen wir sie kurz rum. Also, hier sind ein Haufen Zombies. Das sind wir sowieso. Suche nach dem Versteck im Einkaufsviertel. Wow, wir haben schon so viele gemacht. So viele Quests. Wahnsinn, Alter. Und wir haben hier ein neues Quest. Was man natürlich auch annehmen. So, aber schauen wir zu den normalen. Suche nach dem Versteck im Einkaufsviertel. Wo ist es? Was ist es hier? Ne? Wow, komplett neue Karte. Bist du deppert, das ist eine Riesenkarte. Sind wir wieder in einem komplett neuen Gebiet? Das fände ich cool. Wow, das ist nicht klein. Also, wir müssen da runter. Und die Hauptquest wäre, sichere den Nahrthaafen. Gut, dann logischerweise macht man das zuerst. Ja, die sind hier von meiner Nase. Ja, die sollen ruhig runterkommen. Boah, da ist Lut. Da sind sie. So, dann schauen wir mal. Wir werden jetzt eine Deo-Bombe ausrüsten. Weil von denen habe ich wirklich genug. Molotovs haben wir viel. Deo-Bomben haben wir nur acht. Wo haben wir denn viel? Molotovs habe ich so viel. Ich muss mehr den Molotovs verwenden, weil da haben wir so viel. Das ist ja Verschwendung, wenn ich es nicht verwende. So. Das haut schon mal ganz gut hin. Jetzt müssen wir die nur loswerden. Nein. Stehst du auf? Ne, oder? Lol, jetzt ist er weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ho, ho, ho. Da müssen wir nochmal eine Molly-Party machen. Na da. Advent, Advent, der Zombie-Brands. Nur da rauf? Ne, scheiße. Müssen wir rauf können eigentlich. Oh, scheiße. Wow. Was ist denn das? Der bewegt sie nicht. Was soll denn das? Ich stehe mitten im Feuer. Was soll die Scheiße? Das ist ja ekel. Hat sie nicht bewegt einfach. So, der Dicke. Den haben wir auch. Den haben wir auch. So, wir werden hier nefoppen. Oh, ho, ho. Oh, ihr fetten Mamas. Ist jetzt Ruhe? Sehr schön. Haben wir das Geld aus dem Arsch geklaut. So, hier gibt es noch ein bisschen Früchteli. Da ist noch einer. Komm her. Ruhe ist. Da oben noch. Der nächste one. Oh, pass in hier noch. Oh, ihr schießt. Oh, läuft hier. Wo sind noch welche? Rechts. Hattig. Sehr schön. Oh, da kann er einen drunter püfen. Scheiße. Kann er nicht drüber püfen, ey. Unsichtbare Wände sind schon dreckig. Das ist mies. Lass mich doch da rüber. Hey, hallo, Game. Ich muss da rüber. Was soll das? Lass mich da drüber püfen, die Ratte. So, wer will das jetzt? Du. Oder ne? Wir haben den Scheiß-Auftrag. Ich werde dich nur nuken, du. Ich werde dich nur nuken, du. Vielleicht gibt es etwas Neues vor. Ich hoffe, dass hier nichts passiert. Vielleicht gibt es etwas Neues vor. Reparieren. Upgraden. Dein Revolver auf jeden Fall mal. Modifizieren. Kann ich noch Molotov sein? Ja, da habe ich genug. Das können wir sparen. Wow! Nicht schlecht. Was haben wir hier sonst noch? Einen Bauplan. Und Elektroschrott. Du hast einen Auftrag, Baby. Aber vorher Kiste. Und wir haben eine schnelle Leute. Sehr schön. Suche nach einem Wunterschrott. Das ist gut. 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 Das Theater sollte nicht weit von dir sein. Du kannst mich wissen, wenn du da rauskriegst. Das ist gut. Das ist gut. Alles klar. Ja, ist ja nicht so weit. Das ist nur ein paar Meter da. Wo ich hinmüsste wäre nach oben. Aber die schnauft. Oh Gott. So. Und hier ist noch was. Jawohl. Ich brauche die Schlüssel zu diesem Garten. Schlüssel suchen oder was? Boah. Hier ist kein Geld. Und den Schlüssel einmal. Hallo. Oh Scheiße. Schöne liegen bleiben. Schöne liegen bleiben. Na komm hier. Die verbluten ziemlich gut. Also das läuft mit dem Verbluten. Muss ich sagen. Das ist eine gute und mächtige Waffe. Viele Konservendosen hier. Drauf gestiegen. So geht das. Oh, hier ist Bessa. Was soll ich sagen? Jetzt bist du tot. Was hält denn der aus, du? Oh. Scheiße. Stehen auch wieder auf. Kacke. Schockt mich. Hau ich lieber auf alle nochmal drauf. Sicher. Sicher. Ich hasse es, wenn sie wieder aufstehen. Das ist ekelhaft. Die Wasserleichen da. Vor allem die sind nicht. Die sind nicht so schwach. Oh, verblutet ist ein Schisser. Hä. Auch die Stadt ist geflogen. Oh, scheiße. Hä. Wie man den treten kann. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Das war's. Damit wurde nach einem Schwerpunkt. Ich wollte mich nicht erstens. Ich bin Leute, die sind gar nicht mehr. Ich habe schon mal出来. Ich hatte wieder nach einem Schwerpunkt. Ich habe auch keine Schwerpunkt. Das wird mir immer wieder auf. Du bist so schrecklich. Ich habe eine Schwerpunkt. Du bist so schrecklich. Fass. Überraschung. Du bist das Schwerpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020